Jo Leute, hallo und willkommen zurück wieder mal zu Don't Come Can't For The Dance Tempel Nummer 5 Die Fächerreiterei Oder Fässerflamerei Oder wie soll man ihn hieß, keine Ahnung Aber ich kann nur eins sagen, oder? Auf deutsch gesagt, Scheißlevel Ja, klar Logisch Fängt er schon mal super wieder an Und ich werde, ich komme dieses Mal auf Zargo Und schreibe 50 Leben Bis ich diese Scheiße endlich mal geschafft habe Ja, klar Gut Mann Okay, das habe ich jetzt so gesehen Jetzt wird hier seriös gespielt Zack, zack Boom, rüber Das war gar nicht getroffen Das Ding war vorbei Ich kann es jetzt, glaube ich, schon wieder vergessen So Zack, rüber Und Irgendwie hat es gerade einen Scheißrhythmus Naja, es ging So, jetzt rüber, bitte Zack Und hier ruf Und hier ruf Und da ruf Und so ruf Und jetzt nochmal so ruf Und so rüber Nein Jetzt habe ich ne Idee Ah, Entschuldigung Lauf, ich war das Ja Weil ich habe keine Lust Die ganze Zeit Diese blöden Sachen abzukriegen Deswegen mache ich jetzt folgendes Und zwar, was ein bisschen Nubi-haft ist Aber ist mir scheißegal Und zwar, ich nehme das hier Hat das jetzt gemacht? Nö Bestimmt verschwendet oder so Wir doch nicht Spielen Wir sind golden Wir sind der goldene Donkey Kong Wir haben, wir sind der super Saiyajin Das finde ich super toll Der goldene Donkey Kong Jetzt können wir mich Um, sagen wir uns schon Wenn es zwölfmal getroffen werden Ich war gut, ich weiß Es ist ein bisschen Asi, was ich mache Aber ist mir scheißegal Erstmal getroffen Ich glaube, wenn wir jetzt Aber wenn wir sterben Ist der glaube ich vorbei Und schon einmal Wenn wir zweimal getroffen worden Super Ja Klasse Er ist weg Jetzt habe ich Umsonst gerade die ganzen Ballen Ja klar Er ist an der Seite Vorbeigegangen Das ist sowas von fies Ich glaubst du gar nicht Ja klar Der Dengel fahr vor und er längst schon da Manu ey Das ist doch scheiße Das ist so, 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 scheiße, scheiße So, so wartet gerade auch So, jetzt hoch bitte Warum gibt es überhaupt so komischen Kreiseldinger Die sind scheiße Ja klar Okay, das war eine blöde Absicht Das gebe ich jetzt zu Aber Das war gerade zu Demonstrationszwecken Dass man das nicht machen darf Ja So, zack hoch bitte Und So Jetzt bitte So hoch Danke Ich bin schon was schon wieder tot Halt Ja klar Jetzt davor sitzt da ganz normal Alles ganz normal Schnauze du blöde Viech Also ist ja am Anfang Ich mach da alles ganz normal Doch da springt da ganz normal Wo wir eigentlich heute Dann Springt da einfach mal ganz normal Ich will gar nicht so hoch springen Hab gar keinen Bock dazu Ich weiß auch nicht Ich will nicht Ich bin mir viel zu feige dafür Ich hab davon gar keine Lust drauf So Donkey Kong Jetzt machen wir es hier richtig Komm Und jetzt nochmal Hier ohne einmal getroffen zu werden Mann Ich bin ja richtig stolz auf meinen kleinen Affen Danke Na klar Ja Das gibt's doch nicht Du landest nicht auf einen flachen Grund Nein Du willst natürlich Auf einen Stachligen Grund Landen Mein kleiner Gefühl Der leider Ja Wo bin ich jetzt Wo bin ich jetzt gelandet Halt die Klappe Du blöder Schwein Das gibt's doch nicht Wie soll bitte ein 0-Jähriger das hier bitte spielen Also sechs Jahre Spiels ja ab 0 Ja klar Ist logisch Komm Bevor ich mein ganzes Leben verliere Nein Das wird jetzt durchgezogen Ich will das hier schaffen Ich habe keine Ja Dankeschön Dankeschön Super Nochmal Die Scheiße Ja klar Warst du gar nicht da gewesen So Und nochmal da Ruf Irgendwie hasse ich so ne So ne So ne Fast Aktion Das ist scheiße Außerdem glaube ich Ein einziges Herzchen hier noch bekomme So So springst du jetzt Die ganze Zeit Er hat's geschafft Natürlich stirbt er War doch klar Oh Leute Wir sind bei 69 Herr Lehmann gekommen Ist das nicht klasse Das ist total bescheuert So jetzt nochmal Jetzt nochmal bitte ganz kurz Nach oben bitte Und nochmal Das da Und das da Ja klar Du stirbst natürlich schon wieder Danke Donkey Kong Du bist ein Schatz Dankeschön Und wie soll ich so Habt ihr heute auch schon mal Fasserschießen gespielt Sehr schöner Sport Wirklich Sehr schöner Sport Und Und Danke So Und jetzt bitte ganz mal Danke schön War zwar wieder scheiße knapp Aber ist mir egal So jetzt bitte 2,3 Und move Ja klar Trotzdem komm ich durch Toot Danke Ich will das schaffen Also ganz ehrlich Leute Wenn wir die 50 Nicht mehr recht haben Dann gehe ich aus der Welt raus So Irgendwann kann ich wirklich schlafen So Und Danke Zack Zack Ich bin doch glaube ich noch nicht mal Bis zur ersten Hälfte gekommen Oder So Und jetzt nochmal rüber Wow Wow Nein Warum stirbst du immer bei diesen blöden Mistviech Mann Donkey Kong Du verdammter Vollidiot Jedes Mal Jedes Mal kommst du gegen dieses Mistviech Obwohl das eigentlich Nichts schwerer ist Daran vorbeizuspringen Da Es kann doch wohl nicht so schwer sein oder So Jetzt nochmal Und Nochmal Danke Oh Jetzt mal ohne irgendwann mal geschah Betroffen zu werden Habe ich es hier reingeschafft Mann Was für ein Wunder So Hey Ist aber was richtig tolles Kann ich hier zwischenspeichern Ja dankeschön Ich sehe das zweite Puzzletatum Erstmal Tod Danke Ach Leck mich doch Am Arsch Das kann doch wohl nicht wahr sein Dass es so scheiße schwer ist Hoppala 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 So Ja klar Jetzt habe ich es wieder mit Absicht gemacht Weil ich schon wieder einmal getroffen worden bin Und ich finde ich einmal getroffen worden bin Bringt es mir nichts Dieses scheiß Ding Fertig zu machen Ja So Danke Und einmal Hoppi Und einmal Hoppi Und einmal Suki So Danke Kann es jetzt schon wieder vergessen Weil ich wieder einmal getroffen worden bin Ohne Ding Schaffst du es hier gar nicht Halt 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 Das gibt es doch einfach nicht Was soll denn der Scheiß Donkey Kong Einmal Jumachen Einmal Jumachen Und jetzt musst du Jumachen Und schon in die Bank So und jetzt das Jetzt das Jetzt das Ja klar Das gibt es doch einfach nicht Ja wir sind gleich bei 69 Äh 69 ist klar Dann bist du längst vorbei Bei gut Zahn und Scheibe 59 Leben angekommen Hier wir haben uns also Im Ende dieses schönen Levels Weil ich immer keinen Bock mehr habe So und jetzt nochmal Danke Das war daran jetzt so schwer Zack Rüber Und 1 2 3 4 Und zack Und jetzt tun auch noch Und zack Halt Und langsam rüber Nein Nein Das war bescheuert Weil ich nicht hingeguckt habe Ja wie kann ich eigentlich nicht hingucken Wenn ich gerade überhaupt zocke Wenn ich einer weiß Ich kurz kurz abgelenkt war Ich wurde eigentlich nicht getroffen Aber scheiß drauf Das ist ja egal Weil ich sowieso denke ich noch wieder tot bin So Er hat es geschafft Ich glaube es ja nicht Nein 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 Das ist nicht Wax Das kann doch nicht wahr sein Warum Donkey Kong nur Scheiße baut Ja klar Komm Danke Das wollte ich gerade Und wir sind bei 58 Lehnen angekommen Das schafft man hier auch ohne die Das weiß ich Das muss man einfach ohne die Die schaffen Sonst ist man wirklich nur auf die Die fixiert So und jetzt bitte So danke Und bitte 1 2 3 Und danke Und drüber Super Super Hast du dich geschafft Bin ja so stolz auf dich Donkey Ja klar Dankeschön Du bist ein saublöder Affe Hab ich das schon mal gesagt Donkey Geht es euch eigentlich auch manchmal so Dass ihr einfach die Figur beleidigt Obwohl ihr gerade selber spielt Ihr seid ja so blöd Und ihr spielt ja sozusagen Die Figur Das war gerade Schweineknapp Ach Donkey Du machst mich irgendwann Du bringst mich noch ins Grab Kleineknapp Bitte So nochmal Danke Jetzt hast du es geschafft Ich glaube es ja nicht Und wir haben jetzt gerade mal die Hälfte geschafft Cool Und ich bin fast tot Super Das ist toll Das liebe ich ja Das ist so schön Einfach nur ganz normal durch Geh bitte Kein Scheiße Bauen Nein Ich weiß da vorne war das Ziel Manu Danke Danke So Leute ich würde mal sie wieder sagen Wir machen wir gleich mal Schluss für heute Für diesen Part Und ich versuche es gleich nochmal Also Leute macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss